Stark, sparsam, leislich und mobil, der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver ist der effiziente Allrounder zur Lösung von Feuchtigkeitsproblemen. Aus TCS Testsieger überzeugt er mit einer hohen Energieeffizienz und einem leislichen Betrieb. Mit diesem vielseitigen Luftentfeuchter haben Muffgeruch, Kondenswasser, Schimmel und schlecht trocknende Wäsche keine Chance mehr. Der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver ist ideal für Räume bis zu 50 Quadratmeter, wie Wohnzimmer, Etagen oder Arbeits- und Lagerräume. Mit seiner starken Leistung bei nur 225 Watt Stromverbrauch bei 20 Grad Zimmertemperatur garantiert er niedrige Betriebskosten und zusammen mit seinem leislichen Betriebsgeräusch schont er gleichzeitig euer Portemonnaie und eure Ohren. Übrigens, der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver unterstützt auch die Waschentrocknung in Wohnräume. Er trocknet die Wäsche nicht nur schonend und schützt den Raum vor Feuchtigkeit, sondern ist mit nur 6 Rappen pro Stunde im Betrieb auch sehr günstig. Der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver hat einen eingebauten Hygrostat, der die Luftfeuchtigkeit zuverlässig auf dem gewünschten Niveau hält. Der Entfeuchter schaltet sich beim Erreichen von gewünschten Feuchtigkeit selbstständig aus und bei Bedarf wieder ein. Natürlich schaltet er sich auch automatisch ab, wenn der Behälter voll ist. Bei Bedarf kann dem Gerät auch ein Schlauch angeschlossen werden, um das Kondenswasser direkt abzuführen. Der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver nimmt nach einem Stromunterbruch den Betrieb mit den vorherigen Einstellungen selber wieder auf. Somit ist er ideal für die Steuerung über die Photovoltaikanlage sowie externe Zeitschalturen und Wifi-Switches. Trotz seinem grossen Funktionsumfang ist der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver dank klaren Symbolen einfach und intuitiv zu bedienen. Nach dem Einschalten einfach die gewünschte Feuchtigkeit und eine von zwei Lüfterstufen wählen. Fertig. Zusätzlich zum Timer bietet das Gerät verschiedene Programme für spezifische Situationen, wie der Automodus, die Waschentrocknungsfunktion, der Nachtmodus und die Luftreinigungsfunktion. Übrigens, der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver kann beim Betrieb auch gleichzeitig die Luft reinigen. Für das hat er einen integrierten Ionisator und bietet die Möglichkeit optional erhaltliche Luftfilter einzusetzen. Der EcoQ Dry Air 20L Energy Saver ist der ideale Allrounder für einen täglichen Einsatz. Er arbeitet nur wenn nötig und dem besonders sparsam und leise. Mit seinen Rollen und praktischen Griffen ist er flexibel einsetzbar und sorgt schnell für ein angenehmes und gesundes Raumklima sowie einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020